Jo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu meiner Runde Manderkraft. Ich bin hier noch in der Höhle und wollte jetzt eigentlich etwas Kohle anschmeißen und das Ton brennen. Es ist schon wieder dunkel. Ich habe mich hier in einer selbstgebauten Höhle niedergelassen. Ein bisschen was hier hinbauen. Das Bett kann ich mir nicht bauen, weil wenn ich hier schlafe, dann spawne ich dann auch hier wieder, wenn ich sterbe. Das will ich nicht. Aber da wir ja Zeit haben, können wir mal ein bisschen rumgraben und für andere vielleicht eine Behausung schaffen, die vielleicht eine Behausung haben möchten. Wollen wir einen weiter? Ja, einen weiter können wir machen. Okay. So. Ich brauche ein neues Werkzeug, das ich sehe. Jupp, da haben wir es. Ja, wir brauchen neu. Machen wir neu. Kann man nicht. Hallo, Ofi. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ich weiß, du hast mir schon gewarnt, dass ich hier ein bisschen verschwenderisch bin, hier mit meinen Ressourcen. Wo ist das Eisen hin? Da. So. Aber was muss ich tun? Was soll ich tun? Das ist dunkel draußen, da gehe ich nicht raus. Da lugern und komische Gestalten rum. Die machen mir Angst. Deswegen, ja, hol ich das lieber weg hier. Nö, wir brauchen nicht. Man muss noch größer in den Raum. Ich weiß nicht. Raum größer? Auf hier haben wir noch die Tür übrig. Da ist die Tür hin. So hin. Oder so hin. Aber so hin. Da ist der Raum drüben nicht so klein. So. Das machen wir so. So machen wir das. So machen wir das. Warum groß genug, ne? Steck mich ein bisschen hier. Genau. Wir machen uns folgendermaßen. alles schön mit. So. Das hier alles gleich schön mit Stein aus. So. Ne, das legen wir so, ne? Das ist natürlich doof hier oben. Den hier. Das ist nervig. Ah, jetzt kommen wir auf das Gegentum. Warte mal. So. Das war ja gar Platz für. Ach, ich habe beschissene Erde in der Tasche. Wie kommt das denn? So. Zack. Ha. Mal eine Kiste, wo wir es abladen können. Die Kiste zum Abladen hier. So. So. Ich brauche mal eine Kiste. Die stellen wir uns hier in die Ecke hin. Ein paar Sachen reinpacken. Was packen wir da rein? Bruchsteinsch packen wir rein. Die Bruchsteinsch. Andi brauche ich hier gerade. Die Decke bisschen dekorieren. Ton. Dann haben wir gleich. Also Theorie kann der rein. Weiß Woll bleibt in der Tasche. Feinstein bleibt in der Tasche. Holz bleibt in meiner Tasche. Abbruchsteinsch haben wir ja auch nochmal. So. Dann kann die Decke kaum hier eingesorgt werden. Dann kann die Erde auch hier rein. Zum Beispiel. So. Na, Wofi? Hier sieht es aber auch schäbig aus. Ich meine, hier müssen wir auch was tun. Gehen. Das kann so nicht bleiben. Nein, das kann ich nicht so bleiben hier. Was sieht denn das hier aus? Das ist aber noch nicht fertig. Der hier fährt ich auch noch nicht fertig. Wir können es ja hier mit Holz dekorieren. Wir haben ja noch Holz da. Wir machen das Holz hier. Zack. Macht daraus ein paar Slaps klar. So. Ein paar Slaps klar. So. Zack. Da können wir schon mal die Decke hübsch machen. So. Die Höhe. Ja. So. Verkleinert natürlich den Raum extrem. Wir machen es aber gemütlich, oder? Ein bisschen. Dann brauche ich noch. Ja, genau. Ich brauche nochmal Stein. Stein, Stein, Stein. Stein, 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 Stein. Genau. Tun wir das mal zur Seite erstmal. Und die Wände hier. Bruchstein natürlich. So. Ja, das ist nicht perfekt. Bruchstein. Wir können es natürlich einmal rundherum machen. So. Ne? Ach so. Ja, das ist doof gewesen jetzt. Hier ist einfach die Wand. Hm, ist... Das passt ja gar nicht. Hm. Ne, das war falsch jetzt. Hier ist keine Kohle mehr drin. Ach du Scheiße. So. Ich habe gedacht, der wäre fertig. Nö, ist doch nicht. Mist. Ach so, hier ist es hier. Hm. Wo muss der Stein? Den dafür natürlich nicht. Ich habe schon meine Tasche. Ich brauche Bruchstein. Da ist das so. So machen wir das. So machen wir das so. Nicht anders. Hä? Ich müsste hier nicht los. So. Ich brauche den jetzt auch. Und dann schmeißen wir auch nochmal Kohle rein. Wir haben es ja dicke. Und dann brenne ich mal ein bisschen. Bruchsteinzaube. Hm. So. Alles klar. Ich brauche zwei Stück erstmal, um das Loch da wieder zuzumachen. Ich kann diese Schlampigkeit nicht ertragen. So. Dann haben wir es wieder repariert. Alles klar. Ähm, was wollten wir? Ne, brauchst du viel Bruchstein. So. Wie brauchst du uns nicht brennen? So. Noch ein bisschen brauchen wir hier noch. Die wollen die obere beiden hier. Da. Wir Bruchstein ausfüllen. So. So. Alles klar. Machen wir es. So haben wir es. Hier lassen wir es so. Genau. Und daher brauchen wir noch einen Stein. Bruchstein schmeiße ich hier in die Kiste wieder. Dann machen wir diese Stein. Dann kann ich da draußen. Äh, hier drinnen man ich. Die hier. Raustausch gegen. Schön glatte Steine. So. Zack Zack. Ja. Hm. Ist der Tag. Sehr schön. Die Steine hier auch rein. Bruchstein. Nein. Hast du die Stufen wollte ich für ein bisschen was bauen, ne? So. Ich wollte das hier so ein bisschen. Was hier? So ein bisschen. Hascheloch. Oh. Zu wenig Stufen gemacht. Bruchstein noch. Steinbruchstein. So. Ein paar Stufen brauchen wir noch. Dann können wir weiter reisen. Können wir den MPC Dorf finden als nächstes. Wo wir dann uns niederlassen können eine Zeit lang. So. Alles klar. So. Haben wir. Hier haben wir es ja so. Alles dann in Ordnung hier. Packen wir alles hier wieder rein. Theorid packen wir auch hier rein. Wolle bleibt hier. Leder bleibt auch bei mir. Ähm. Wie weit sind wir hier mit dem Brennen? Noch nicht fertig. Oh der ist fertig. Sehr schön. Dann haben wir die nächste Runde rein. Wir bleiben noch ein bisschen länger hier. Ich will das jetzt alles weg haben. Und dann haben wir noch draußen noch was zu ernten. Ja ja ja. So läuft das nun mal. Zack. Das habe ich jetzt sicher so zu sagen. Das ist ganz gut. Und der Ofen ist ja auch noch bereit. Da können wir auch noch was brennen mit. Da. So. Da können wir ja. noch die. Anderen steinem. So. Ja. Ich mach hier. Na komm schon. Ich ja bisschen video mache ich. Du bist schon mindestens zehnmal auf irgendwelchen Videos von mir, wo du reinquatscht. Oh, ich ertrink ich gerade. Ja, ich habe kein Schild hingestellt, aber ich werde hier auch nicht dran gehalten. Ich bin noch ein bisschen auf Wanderschaft. Kunde, Sammlerressourcen, aber ich muss bald nach Hause. Meine Taschen sind schon voll. Jetzt habe ich auch noch so viel Ton gefunden. Gleich zu Ziegel verarbeite. Noch nicht viel Kram. Einige Sachen sind noch im Brennen. Ja, ich mache daraus nicht Zungenblöcke, sondern ich mache daraus direkt Ziegel, weil die brauche ich eh zum bauen, weil ich ein größeres Bauwerk bauen. Oh, ich muss nicht mehr Luft holen. Ich hole immer zu wenig Luft. Aber gleich habe ich es alles abgeendet, oder? Da sind auch noch welche. Hoch, hoch. Ach so, ich schaue einfach rein. Ja. Machst du. Da ist noch mehr Ton? Da ist noch mehr Ton. Ich komme hier erst in den nächsten Wochen nicht weg, glaube ich. Habe ich noch mal Ton vergessen hier irgendwo? Ich wollte keinen Ton liegen lassen. Da hinten ist auch noch mal Ton. Ach man. Es dauert auch so lange, bis Ton gebrannt ist. Das ist echt langsam. Ja, stimmt. Wofür jetzt? Ich habe schon ein paar Mal den Arsch gerettet, weil ich ja ohne Rüstung die Gegend laufe. Ja, ich habe die Finger. So. Ich habe auch keine Rüstung. Sack. Ich bin zu geizig. So, noch mehr. Ich brauche noch mehr Ziegel. Der brennt noch. Der brennt noch. Der hat gerade alles angefangen, ne? Und der ist auch noch dabei. Gut. Dann kann ich ja noch mehr Ton holen. Hier. Ranken. Seerosen. Hm? Ich weiß es gar nicht. Doch, glaube ich. Mit Kamera. Ja, ja. Kamera. Das kann man sehen. Mehr oder weniger. Also ist das dunkel hier drin. Das kann, weiß ich nicht, wenn du deinen dicken Kopf reingeschoben hast. Ja? Dann hat man dich auch gesehen. So. Das Licht ist einfach schon wieder dunkel. Ähm, schneidest du ein Smiley oder so? Nö. Smiley. Ja. Smiley. Das glaubst du so nicht zu sehen. Das sieht nur mein, äh, dicken Kopf noch. Ja, wahrscheinlich bin ich zu sehen. So, nochmal rüber da. Geh ich schneller? Geh ich schneller? Geh ich schneller? Geh ich schneller? Ich geh schneller da aus Ton. Es wird schon wieder dunkel. Ja, taus ist Ton. Oh, er kommt aus dem Wasser. Ja. Ich sehe ja, dass da nochmal Ton ist, ja. Ne? Ne? Wo? Ich habe das jetzt einfach gleich dürfen. Nö, das ist einfach jetzt nicht. Ich hab mal ein Wufi. Ja, wo ist denn Wufi? Im Haus. Ja, jetzt noch nicht. Ist doch noch hell. Kommt doch noch keiner. Keine Bösenheit. Tut mir keiner was jetzt. Der hat das nochmal Ton. Ich werd verrückt. Hm, nö. Ach, die sind so nett, die Küper. Die tun überhaupt nichts. So viel Ton. Ich hab noch nicht was. Oder Stein. Okay. Was sagen wir, dass wir hier? Ton, Ton, Ton. Fette Tonquelle hier. Was denn? Weiß ich nicht. Was denn so? Aber ich hab noch nicht gesagt. Wie? Was denn so? Wird nicht so viel geguckt. Noch weniger. Was denn so? Meine Videos haben ja so wenig geguckt. Aber der Korte sagt wird ja noch weniger. Weil ich ja mal sowas von Loob entlauchte. Ich hab' ich. Ah. Hä? Äh. 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 Ah. Äh. So. Jetzt sind wir fertig. Ich muss Tassi noch mehr Öfen machen. Ich muss Tassi noch mehr Öfen machen. Das wird hier nicht fertig. Oh mein Gott. Ja. Was ist los? Du bist nicht. Achso, ja. Mal rein hier langsam. Dann kriegst du wieder die komische, dicke Beulen im Gesicht an. So. Äh. Erde weg. Weiß ich Wolle? Irgendwann schon. Ja, wofür... Was soll ich dazu sagen? Nehmen wir da raus. Dann nehme ich auch schon mal raus. So. Und schmeißen einen neuen Ton rein. Dann hier auch rausnehmen und einen neuen Ton rein. So. Und dann... Das sieht sich geil. Wie? Die ist vor, weil ich zurückkehren. Mhm. Du musst doch alles nicht für die Geschmack und ankommen. Oh, du Arme. Wird sie glaube ich nicht. Hups. So. Das kann alles dauern. Das kann sehr lange dauern. Dann können wir ja eigentlich noch einen Raum anbauen, ne? So. Hier so. So. Hier so weiter. Aber hier so. Augenblick. Wollen wir mal schauen? Ja, passt. Passt. Nein, nein, nein. Da. Ja, tschüss. Viel Spaß. Zwei Felder. So. Oh, das ist cool. Sehe ich das richtig? Ist der cool ist? Na, das ist ja allerbesser. Ja. Oh, das ist ja. Halleluja. Das licht hier. Ich kann jetzt besser sehen was die Raum schön ist. Aber, was wird hier? Ja. Oh, das ist ja. Oh, das licht hier. Ich kann jetzt besser sehen was die Raum schön ist. mann ist so viel kohle muss ja wo eine hülle näher ich hab dich so gemacht weil ich auch nicht brauchst dann rein haben wir noch das kann ja noch ein hier noch mal schon mal wieder reingehauen werden hier kann auch noch mal ton rein so läuft wert ist wert was kohle natürlich einsammeln hier reichlich kohle rumliegen hier ganz schön von stall den raum hier also ein kleiner der raum werden wollte ist jetzt hier total klüftet das auch noch kohle was fast haben wir alles haben wir alles hier was wollen wir jetzt daraus brauchen dass diese klüfte der scheiße hier ja auf jeden fall ist es ja so so noch zu schmalt also größer gemacht werden irgendwie hier lichter machen dass meine fackel sind also meine fackeln haben wir so viel müll die vergangene vorstand ein theoried rein die holzarten kann auch hier rein erstmal überhaupt jetzt mal auch nicht so weiter wieder unter uns neben uns über uns über uns glaube ich nicht das werkzeug das schmeißen die ganzen kreml hier wieder rein die wir eingeholt haben kräften aus einer neuen spitzhecke so alles klar ich wollte euch gar nicht mehr auf solche tour mitnehmen ich wollte immer nur solche ja die art rumtouren also eine tour durch die bebaute welt von den server weit wir da schon was gebaut haben machen aber gut ich habe zeit gerade so was auf der boden muss auch raus hier auch anders das weiß ich ja noch mit dann kommen wir noch raus dann kommt noch raus anfangs weiß ich noch nicht so dann gehen wir nicht ne höre höre ich doch rote steine die wände hier machen ein größer wasser draus machen okay was ging mit dem boden denn aus das habe ich reingetan wollte hier reingetan würde ja nicht rein tun so buchstein theoretisch rein tun dass granit an die verfahren wir erst mal wir polierten genau und also polierten machen wir halb oben platten so machen wir die boden jetzt mal rein so war sie schön oder so lernt dann vielleicht hell liegen sollen wir auch eine möglichkeit gewesen ist aber noch machen dann muss er auch noch dabei jetzt immer wenn die wand rein einheitliche wand würde ich sagen ja das heißt ja und hier noch eine reihe raus so das weiß ich noch aus hier haben wir das alles mit haben das ist ja auch alles weg so das ist ja nur die wand auf weg hier muss auch angepasst werden alles klar was wir wende brauchen die frage der ried der ried wunderbar der ried haben wir hier menge der ried wunderbar der ried müssen schleifen der ried ja zack gerade die ried hier polierte die ried noch mehr davon die zwei passen nicht so kann ich sie noch mal könnte man kann sich noch eine stufe verbessern oder alles klar wie machen wir die wände jetzt bruchstein und die decke die ried die wende die ried und das passt ja nicht so richtig brennende steine so eine verschwendung für das ist keine kohle mehr am start herr kohle kohle genau da machen wir hier die wände wieder neu so wer nix und dann kommt hier auch hallo 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 was ist da los das stimmt hier nicht mit die da nicht nur noch so ich sage ja so 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 das ist über fertig aber noch ein bisschen haben wir noch da haben wir noch ein kohle muss hier wir können es auch halbieren dann kann der hier auch brennen geht schneller dann kommen wir noch weiter schnell weiter reisen das war echt so dass die decke nee so wie das räumchen fertig kohle werden viel kohle nicht so viel kohle ich brauche nicht so viele fackeln so haben wir verarbeiten müssen und wenn man es einpacken kann man den ganzen krammer nach hause tragen und dann gehen wir diesmal bei einer politik probiert das sind was mit pasca platz mehr poliert ist also auch hier ist buchstein auf pro stamm ruhig mitnehmen so so was haben wir da los ist fertig was noch nicht fertig der ist fertig lassen auch so stehen holz das ist dann auch beinehmen so ja gut dann machen wir eine pause dann bist du dies ja gut die folge ein bisschen kürzer als letzte aber ich muss eine pause machen alles klar und tschüss